Boah, ich bin schon so knifft. Ich habe glaube ich gleich keinen Bock mehr. Also nicht weil das irgendwie schwierig wäre oder so, damit kann ich umgehen. Aber von Kette zu Kette springen? Ich weiß es ist jetzt kein AAA Titel und so, aber rudimentäre Steuerung bauen. Das war jetzt dumm von mir, das war okay. Das war auch dumm von mir. An dieser Stelle schönen Gruß an alle Rassen aus. An dem nächsten Nervenzusammenbruch bist du schuld. Ja, das war dumm. Ich will das jetzt schaffen. Hier schon wieder. Er reagiert einfach nicht. Von Kette zu Kette springen. Nach oben drücken. Glückssache, ob er die Kette nimmt oder nicht. Hier wieder. Ihr nehmt die Kette einfach nicht. Geht gar nicht. Geht gar nicht. So. Ich muss an dieser Stelle sagen, ihr habt keine Lust mehr. Das Level wäre schon irgendwie zu machen. Aber es ist halt so, random buggy, wann er die Kette nimmt, wann er es nicht nimmt. Ich weiß, wenn ich jetzt beende und ich würde es wieder spielen wollen, dann muss ich den blöden scheiß Grafen nochmal besiegen. Ich habe keine Lust mehr dazu. Mir reicht. Das Level ist einfach so kacke, weil es ist absolut random, wann er an der Kette hängen bleibt oder wann nicht. Also meistens reagiert er auf die Controls. Dann wieder nicht. Einmal versuchen es. Ein einziges Mal. Hier. Ja. Sagt er einmal, versuche es noch und jetzt spiele ich doch weiter. Er nimmt es nicht. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt hat. Rauf. Keine Ahnung, jetzt ist die Kette buggy. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Lust mehr. Vielen Dank an alle Rassen aus für das Spiel. Es hat tatsächlich Spaß gemacht. Bis hierher. Hier ist es buggy. Ja. Ich könnte jetzt auch sagen. Tatsächlich ist es so, wenn ich scheiße spiele und komme nicht weiter. Gut. Ich spiele scheiße. Wurscht. Aber ich habe es jetzt glaube ich über eine Stunde versucht. Ich schau gleich nach wie lange ich es versucht habe. Ich habe einfach keine Lust mehr. Danke. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus. Tschüss. Bis in einem anderen Let's Play. Danke. Herr Ausraster nochmal für das Spiel. Die ersten paar Levels waren super. Haben mir Spaß gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Level verlassen. Ja.